Jetzt geht's weiter mit Trackmania und halt deine Fresse, König. So, und wenn ich diese Map schon sehe, kriegst du es große Vorteil. Die letzten drei Maps hier auf dem Miniloyer-Server und dann wechseln wir zu einem United-Server für die heutige Aufnahme-Session. Dann machen wir mal eine kleine Trinkpause. Pinkelpause. Ich gehe, glaube ich, echt Schiffen. Äh, Pipi machen. Schiffen? Ich gehe Pipi machen. Kleines Kind. Geiles Kind. Ich gehe mich erleichtern. Ich gehe mir die Wasserflaschen aus dem Rücken brechen. Wasserflaschen aus dem Rücken brechen. Klassiker. Klassiker. Ich bin die Map einfach gar nicht ganz. Ich bin die Map voll behindert. Ich bin die Map voll behindert. Ich bin die Map voll behindert. Vor allem ist es sinnlos. Ich bin aber vier. Ich bin vierter. Robi, du bist einfach nur noch krank. Echt, weil mir fällt dazu nichts mehr ein. Geh zu einer Therapie und fertig. Okay, die Let's Player Therapie in Köln. Wenn mein Ziel erreicht, ich kann endlich mal vorbei sein. Dass du vor mir bist. Ich müsste jetzt eigentlich dritter sein. Da bin ich mit Angst, dass ich vierter bin. Also ich hatte echt so eine Schweine, ey. Boah, Pascal, echt. Reiß dich mal zusammen. Pascal, ey, da, ey. Was soll denn das, ey? Komm jetzt ehrlich, ey. Halten zurück. Stell ich auf stumm. Kloppert deine Tastaturen. No, Frachtbar. Herr Kloppert deine Tastaturen, während du rülpsst. Ich mach jetzt mal drauf, Pascal. Nee, eher schlimmer. Oh, verdammt. Grüpfe, gröpfe, gröpfe, gröpfe. Ich knopfgi, ich knopfgi, ich knopfgi. Bist du gerade zum Türken mutiert? Nee, Rossen. Ich knopfgi, ich knopfgi. Da steht eigentlich gröpfe, gröpfe. Was auf sch... Kuh, kuh, kuh. Irgendwas auf japanisch. Japanisch rückwärts. Einmal auf der Klassenfahrt, ey, bei mir, da haben mich alle... Hat jemand ein Video gemacht, wie ich schlafgewandet bin in der Nacht, ja? Und der hat gesagt, ich hab irgendwie ein Gummibärchen in den Zahnbecher reingelegt. Und dann hab ich spanisch rückwärts gesungen. Ist egal. Oh, ich, ich, ich glaube, Italien... Jetzt muss ich gerade mal ne eklige Story erzählen. Oh nein, bitte nicht Davids eklige Stories. Davids eklige Stories. Ich komme dem Partner nicht Davids eklige Stories. Am Donnerstag, den 21. glaube ich, 21.8 Uhr morgens im Freibad schwimmen, also schulisch, ne? Schulisch? Und ich hab halt, ich hab halt als, halt die Fresse. Und ich hab mal als Frühstück ne Currywurst gegessen, so um 9 Uhr. Und dann hab ich richtig schön abgekotzt. Oh! Das ist dann rausgesehen wie Bohle, die man so trinken kann. Oh! Er hat gereiert! Oh, ey, ne Currywurst zum Frühstück, ey. Ich ess immer Cornflakes zum Frühstück. Ich geh morgen außer Sonntags. Das ist nicht ein Brötchen. Was denn? Daher nur Sonntags. Im Let's Play schreibst du immer hier nur Sonntags und jetzt sagst du außer Sonntags. Entscheide dich mal. Ey, nur Sonntags? Geht doch, da ist er, der Alte. Mann, ich bin nur 6 da, wie schlecht. Pascal, du Ratte, ey, da deine Moller rülpst deine Moller voll. Was hab ich gerade gesagt? Ich soll meine Mutter voller rülpsen. Ey, Pascal, mal ganz ehrlich, ey. Alter, kack dir alles voll. Was schreibst du denn da auf Russisch? Tobi, rat mal, was das heißt. Was auf Tobi, du Arschloch? Nur Sonntags. Hey, wie hast du das gemacht? Nur die Übersetzer, mein Freund. Ey, Kurve? Was denkt ihr, was heißt das? Das ist Spanisch. Kleiner Penis. Ne, Penner. Das da... Scheiße, ich hab's falsche kopiert. Alter, ey, Vagabundo heißt Penner auf Spanisch. Ich wollte eigentlich das da kopieren. Ich hab's falsch kopiert. Das heißt kleiner Penis. Ne, Hitsch heißt Penis. Netz, geil, Zuluski. Ey, der Part wird heißen, verrückte Geschichten. Google-Übersetzer. Ey, komm, ich nenn die Part auf Russisch. Genau. Verrückte Geschichten auf Russisch. Nur zwei Maps noch. Ich bin Siebter geworden. Und ich häng grad auf Google-Übersetzer rum. Ich bin Zwölfter geworden. Vortrag, toll. Mit derselben Zeit. Lol. Das hier ein Pack auf dem Server ist auch komisch. Wir werden's da dann sehen. Bei der nächsten. Memp. Ach, du Scheiße. Weil ich schön bin und schlau bin. Och, hier hat Pascal uns abgezogen. Das weiß ich noch. David, jetzt kacken wir. Die hat Pascal das letzte Mal gewonnen. Hier hat er eine PB. 13,71 hat Dings. 13 8 und neunzig ich habe gerade mein Headset rausgezogen hört mal zu war das Spanisch? und jetzt auf Weißrussisch oh ne kann man nicht übersetzen das nicht scheiße na geh mal mal Arabisch wat wat apanisch jetzt japanisch bitte japanisch japanisch jetzt bitte auf chinesisch Tobi ey die hat Tobi gesagt Tobi ist sehr geil und er ist voll nice heißt das jetzt auf Dänisch Tobi hat den seiste auf einer fuhr er nicht sehr konflikt sehr konflikt ach so ein Konflikt ich habe irgendwas mit Konflikt verstanden jetzt bitte mal auf ähm geht geht irgendwas mit afrikanisch oder sowas afrikans ja Tobi ist die coolste und er ist voll von lecker lecker jetzt französisch bitte das ist was für Leon Tobi ist die coolste Andy ist voll von lecker äh König? ja was denn? ne ok ich wollte nur sagen ob du noch da bist oder ich frage ob du noch da bist ich bin auch da jetzt hör auf mit den Sprachen ja ey der Part wird nicht heißen die verschiedenen Sprachen sondern Google Übersetzer ist mein Freund Doppelpunkt B Doppelpunkt B Doppelpunkt B Doppelpunkt B Doppelpunkt B so ich steck mein Headset nochmal rein ah tiefer mh auf dem Fall habe ich Pascal beleidigt als wir aufgenommen haben ha 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 ich habe Pascal beleidigt ha 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 das fällt ihr sogar mal spontan ein ach ja ich habe ja ich habe Pascal beleidigt die ganzen Wörter von von JuliansBlog benutzt habe das weiß ich auch noch von JuliansBlog ok von JuliansBlog der Julian der soll mal ganz gut heimkommen der Julian äh äh Krebs lässt du ja Pascal ich bin eine Hundertstel vor dir der Julian na schon wieder 13,70 oh David 13,71 äh Alpha Bubi ist drinnen cool Bubi nicht Bubi also nicht Bubi ist wieder bei uns ja ich hab Bubi gefahren der hat gesagt er darf ja ich hab er da König hat mich gefragt ja ist ja so ne paar Doktor wir schreiben immer dass wir aufnehmen zu Bubi aber ich kann ich muss fahren oh ja Fick schneller ja was redest du immer für ein Fahrt ich hab gesagt ich hab gesagt ein McChicken mit Salat ein Chicken mit versuchen habt ihr mal schreien dass wir aufnehmen man muss McDonalds gehen sagen einmal ficken aber hart was haben sie bestellt ein McChicken mit Salat ich hab heute voll ab, ich hab keinen Bock mehr Du kackst immer ab Ey, ich hab keinen Bock Also ihr könnt euch auch freuen, dass bald David auch ein Let's Play 2 Trapmania machen wird Echt? Ja, glaub schon Ja, wahrscheinlich Ihr könnt euch auf ein Let's Play Happy Wheels Together von mir und David freuen Hey, da ist er mein Kanal Es kommt einer auch, ich wette What is, Bubi? Da findet ihr ein Let's Play Hab den doch abonniert Wen? Mich? Hast du mich deabonniert? Wen? Fragezeichen Hm, ey, netzguide tust du meinen Kanal auch da Ja Hey, Mojian, da auch Ja Oh, ne, jetzt hab ich die Zeit versoffen You know what eh? Ich bin einmal gut ins Ziel gefahren, sonst hatte ich immer nur 1800 Seiten So, eine Map noch und dann war's das auch schon von dem ersten Teil von dieser fetten Aufnahmesession heute am Samstagabend König Pascal, netzguide Kriegst du nicht mehr hin Oh, scheiß, Ladebalken Let's Play Ladebildschirm Das kennt ihr bestimmt schon von Extreme Tracker 2, David, oder? Ja, ich kenn das Ich kenn das Ich kenn das nicht König du Schwein Das hat irgendwas gekifft, glaub ich Der hat grad sich Marihuana gestürzt Seit wann spritzt man sich Marihuana? Keine Ahnung, Mann Ein anderer hat das eben gerauchen, was ist da nicht hier? Ich bin nicht der Drogenexperte El Magico Was denn das für ne Crap Map? Die kenn ich Ne, König Paschkal Oh, das ist der letzte Scheiß Ey, ich fall einfach nur geradeaus Die Map ist wie die eine davon Pascal Die ich dann voll verkackt hab, dann mag ich die nicht Ich komm nicht, oh Kommi, Baby Oh, rückwärts runterfahren, bringt nix Stammt, ich bin auf der falschen Booster gelandet Ups, sag ich so Auf der falschen Booster Lass mich doch deutsch failen Ich hab da für andere Stärken Was zum Beispiel? Popo 6 Kommensziele, ich kommensziele Scheiße, ich kommensziele Nein Komm, roll runter, mein kleiner Juhu, bin vier da Nee, ich glaube nicht mehr Die Zeit wäre schlechter gewesen Ah, das ist der König, hallo Hallo, Asiate Geil, Edzgeil macht mit Cool, ich bin Edzgeil Hey, also Morika, mach grad ein K, L, P und Edzgeil König und Pascal Lahn mit Jupp Cool, ich bin dritte Jetzt denk dir, du laberst nicht mit Wer ist denn das geschafft, David? Nein Hättest du nicht gewusst, wer Mittel arbeitet, Neul? Ich guck dir mal zu Wie machst du denn das? Nein Haha Wart, guck mir zu, guck mir zu Ach, da fährst du lang Nanananana, nananananana Da bin ich aufs Ziel Also Pascal, ins Ziel zu kommen, ist ja nicht das Problem erst mal ich würde sagen ich bin besetzt es wäre besser wie er selben die neun Sekunden vor ihm und zeigt das hat sich nicht ich habe es geile bis zu euch so ich bin der König du solltest mein Ziel behalten vor dir Was hast denn du? Verdammt! We are gonna dance soon to the sea All I want to dance, you are my cherry Du stinkst ausm'n Maul Du stinkst ausm'n Maul nur sonntags Und ich weiß es, du riechst nach Klostein Nein! Nein! Alter, geil! Was ist geil? Donner-Buddy's fürs Leben Komm, wir sind im Donner-Song Alter, geil! Fick dich, Donner! Leck mich doch am Sack Du Arschloch, fickst mir gar nichts Du bist nur Mutti's Kack Du bist nur Spastians Kack Komm, Donner-Buddy's fürs Leben Wir sind im Donner-Song Wenn du den Schei des Donners hast Mach den nicht ins Hemd Nimm dir dein Donner-Buddy Und ding ein Donner-Hemd Fick dich, Donner! Leck mich doch am Sack Du Arschloch, kannst mir gar nichts Du bist nur Gottes Kack Pfff Wir haben das in jedem Let's Play schon angewähnt, ey Angewähnt Ja, angewähnt Schönes Deutsch, oder? Vielleicht haben wir eigentlich den Server Boah, Bumi, du bist auch gut interessiert Äh, informiert Er ist einfach für X 3-X Bin Vierter, ja? Ne, Fünfter Vor euch beiden Vor euch dreien Haha! Zwölfter Du So ein Noob Ey Kön- äh, ey, ihr müsst alle am Anfang nach links fahren, ja? Ich bin vor dir Verdammt doch nicht mehr Boah, König, auf zu spammen, du Gaylord Haha! Du Gaylord Hahaha! Du Hufus der Finsternis, ne! Kim Possible Nein, ich bin grad mit einer 14er Zeit weggeflogen Ich auch, mein Süßer Scheiße, ich bin... Och, ich bin gefehlt Ey, Kimi ist... Kimi ist left to game Oh man, ey Heute haben wir mal einen neuen Sprachkurs kennengelernt Und zwar Arabisch, Russisch, Spanisch, Französisch, Dänisch, Chinesisch, Japanisch Und wir hoffen es hat euch gefallen, bis zum nächsten Part, ciao! Äh, aber erst in 10 Sekunden Boah, jetzt wollte ich mal ne coole Beendigung machen Also, wir sehen uns dann, dass beim nächsten mal wieder, also gleich beim nächsten Server wieder Tschüss! Auf dem United Server Bis dann, haut rein! Haut rein!